So, da seht ihr sie, hoch, hoch und damit ein herzliches Hallöchen meine achtbeinigen Freunde, und die das noch werden wollen, hier meine kleine Machalla, eine Fressmaschine, die kriegt nichts, sie hat gestern zwei riesen Schaben gefüttert, man sieht, sie ist ein bisschen gut gefüllt, schön mit Cremefüllung, und heute bin ich gar nicht alleine, heute ist meine Moderatorin, die Goa Liebe hier bei mir, die hilft mir hier beim Füttern, wir haben durchgefüttert, und auch die Schlangenterrarien gepustet, sie schwitzen jetzt ein bisschen, und was wollen wir heute machen? Wir wollen heute dieses Glas hier füllen, und zwar hier mit der Milosella, und zwar mit dieser hier, und hier wollen wir nachgucken, ob hier überhaupt noch Leben drinnen ist, ich habe die schon seit Monaten nicht mehr gesehen. So, übrigens, Goa Liebe hat sich heute ein kleines Bröselchen geholt, und passt natürlich zu Halloween, haben wir hier ein kleines Halloween-Terrarium eingerichtet, wo ist sie denn? Wo, 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 wo ist Mini-Krümel? Wo ist Krümelchen? Krümel! Krümel ist versteckt. Aber ihr könnt euch, ihr könnt euch sicher sein, sie ist da drinnen. Hier, ich habe noch einige, einige kleine Bröselchen übrig. Wer interessiert ist an der Springspinne, soll sich auf Discord bei mir melden, ich gebe noch einige ab. Aber wir kommen mal dazu, das Terrarium dort einzurichten, und ich würde sagen, wir legen da los. Und wie ihr seht, habe ich da oben ein paar handelsübliche Magneten vom Baumarkt und so ein Lochgitter. Das sollte eigentlich stabil genug sein, dass die Spinne das nicht in die Höhe drücken kann. Hoffe ich zumindest. Und ja, würde ich sagen, wir füllen es. Und ja, würde ich sagen, wir füllen es. Und ja, würde ich sagen, wir füllen es. Also jetzt gerade, kann ich hier unten jemanden sehen. Es ist halt nur die Frage, lebt sie noch? Werden wir gleich feststellen. Ja, sie lebt noch. Wunderbar. Okay, dann haben wir das festgestellt. Und die andere will ich rausholen, weil die andere etwas mehr spinnt. Ja, sie spinnt. Ihr kennt es aus, ne? Vielleicht ist es ein Mädchen. Hat er nicht gesagt. Es wird auf die Anwesenheit der Goaliebe vergessen. Willst du? Nein. So, jetzt wird es interessant. Hallo. Wir haben gleich mal einen guten Morgen. Wo bist du denn? Ich weiß, dass du da drinnen bist. Gucken wir. Irgendwo da drinnen. Ich befürchte, dass sie da hinten irgendwo im Eck. Weil dahinter verschwindet sie auch immer. Also ihr seht, wie klebrig das Ganze ist. Ah, ich sehe sie. Hier ist sie. Hier ist sie. Und die Haut obendrauf. Es tut mir leid, meine Kleine, aber du musst hier raus. So, da seht ihr sie. Hoch. 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 So, wo ist der Deckel. Da raus auf den Deckel. Und sie ist raus. Ein ganz schönes Dickerchen. Ich habe dir wohl ein bisschen viel gefüttert, hm? Aber natürlich ein wenig viel gefüttert. So, hier seht ihr sie mal in voller Pracht. Man kann erkennen, dass der Abdomen so ein bisschen kupferfarben ist. Auch prächtig gefüttert. Mehr als gut gefüttert. So, da wird zugemacht. Dann holen wir mal das andere Terrarium. Und holt es schräg hin und mit dem Pinsel hinterher. Genau. So, das ist jetzt mit der Öffnung natürlich etwas komplexer. Nein, nein, nach unten. Nach unten. Und drinnen ist sie. Passt das so? Da habe ich halt entkassend. Hm. Da nimmt es Verkehr drum drauf, deswegen. Da muss ich immer noch nie mehr Markierung machen. So, jetzt passt das. Ja. Jetzt soll ich das hinhauen. So, da habt ihr das kleine Monster. Und wir switchen die Zukunft. Und gucken, wie das in einigen Wochen aussieht. Also bis gleich. So, meine Freunde. So sieht das Glas nach einer Woche aus. Eigentlich wollte ich erst später, wenn es ein bisschen mehr zu ist, das Video fertig machen. Aber es gibt ein kleines Update. Also bis zum Beispiel. Zu den Brösselchen. Wie ihr seht. Da sind nicht mehr viele da. Zehn Stück behalte ich mir selbst. Die vom ersten Kokon, hier sind drei und hier sind auch sieben Stück, die ich mir behalte. Die vier hier, die gehen nächste Woche auf Reise nach D-Land, da wollte jemand welche haben. Und die restlichen habe ich gerade zusammengepackt, denn die gehen nämlich auch auf die Reise. Und zwar hier, ich habe sie alle nochmal durchgefüttert. Hier sind noch 63 Stück drin. Ich hoffe, Sie finden alle ein schönes Zuhause. Sie wurden mir alle abgenommen. Eine ist noch hier. Das ist das kleine Krümelchen für meine Mom. Da habe ich auch schon ein Terrarium hergerichtet. Die werde ich auch gleich mitnehmen, denn ich fahre meine Mom besuchen. Hier zum kurzen Update, das heißt, Bröselchens und Krümelchens sind mittlerweile alle weg. Und wir sehen uns gleich beim Update zur Vidocella. Freunde, so sieht das Glas nach zwei Wochen aus. Man kann hier gut erkennen, sie hat sich hier eine schöne Röhre gesponnen. Auf der anderen Seite ist es eher weniger. Und man sieht es, sie hat sich auch gehäutet in der Zwischenzeit. Ich hoffe, dass sie das Glas noch weit mehr zuspinnen wird. Jetzt wird sie wahrscheinlich mal so ein, zwei Wochen mal wahrscheinlich gar nichts machen, weil sie sich gerade gehäutet hat, also gerade eigentlich vorgestern. Und ich hoffe, dass sie die Haut rausschmeißt, damit ich sie bestimmen kann. Weil ich weiß ja immer noch nicht, was für ein Geschlecht das ist. Ja, aber es ist richtig faszinierend zum Sehen, welche Schläuche das sich hier bastelt. Im Gegensatz zur anderen, die hier hinten sich eher in die Erde runtergegraben hat. Und hier unten in der Erde, wo ist mein Finger, hier, hier unten in der Erde ein Tunnelsystem gegraben hat. Und guckt mal, guckt mal. Ich glaube, ich muss demnächst ein Special machen. Könnt ihr es erkennen da hinten? Ich habe neue Springspinnen, hier, die kennt ihr auch noch nicht. Die Helios und hier die Pius. Und wenn ihr euch fragen solltet, warum liegt hier Dragon Ball Zeug? Und zwar Murlis Terrarium. Ja, hier überlebt irgendwie keine Pflanze. Murli lässt keine Pflanze stehen. Murli kriegt eine neue Einrichtung. Die werden wir im nächsten Video machen. Hier übrigens Gigantula. Ja? Ist sie nicht sweet? Ist sie nicht sweet? Ja, ich hätte mir gedacht, vielleicht dort oben hin zu hängen. Mal gucken. Also, wenn ihr wissen wollt, wie dieses Terrarium dann aussieht. Mit Murli. Mit unserer Grammastola Pulchra. Da müsst ihr unten, ich glaube, da müsst ihr hier erscheinen. Den Abonnier-Button drücken. Und natürlich ein Like. Dafür wäre ich sehr dankbar. Das würde mir helfen, den Kanal etwas mehr wachsen zu lassen. Und Updates bezüglich hier, dem Glas, gibt es dann natürlich auch immer wieder. Also, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.